So und Schluss so Machen wir das, wie auf heldenhaft so geteilte Fronten Ja, würde ich eins sagen Das hat da sehr gut funktioniert Ich muss jetzt nur gucken, wie ich die wie ich die anfangswelle jetzt gesnackt Krieger auf Legende Kein Problem Das ist, glaube ich, sogar das Gespräch mit denen schön mit denen zu arbeiten, oder? Oder kommt das später? Sie hatte ich nicht erwartet Wo ist der Käpt'n? Schön, dass wir sie bespringen Leute, die Verbanden wollen unserem Spaß ein Ende behalten Der Käpt'n ist da oben schwer beschäftigt Also sind wir auf uns gestanden Die Verbanden rücken vor Schon dabei Ach, dann, äh, ich glaube, ich habe Alice, ne? Dann gebe ich dir die Mail Ja, dann gebe ich dir die Mail Ich hab dir auch direkt ins Cyclops mitgegeben, ne? Ich hab dir auch direkt ins Cyclops mitgegeben, ne? Danke Anführerfähigkeit bereit Lokale Einheiten Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten Oh, die Banshees, ne? Wenn wir auf 800 Ressourcen kommen, dann kannst du dir sogar an, ähm... Sting-Snack-Mora ist T-Trupp Ich weiß nicht, ob der dir so hilfreich hier ist Ich weiß nicht, ob der dir so hilfreich hier ist Lokale Einheiten Boah, Alter, nehmen die Schakale meines Cyclops auseinander Alice, jetzt geh doch mal... Ach... Geschütz errichtet Nachschub-Modul-Upgrade abgeschlossen Lokale Einheiten Dann los! Lokale Einheiten Weg Alice Weg Alice Nachschub-Modul errichtet Ich mach mal ein Luftfahrzeug-Depot, damit ich hier gleich ein Nachtiger rüberschicken kann Ja... Ich krieg hier die ganze Zeit nur Hangs Ich krieg hier nix gecleant Das Problem ist, so wie ich die Dinger, ähm... Äh, äh, ähm... Lokale Einheiten Und das Geschütz mal recycelt Das Problem ist, meine, 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 meine... Cyclops werden von diesen scheiß Schakalen so krass auseinandergenommen Und Alice chillt einfach, ne? Aber wenn du die Viecher jetzt, die die, äh... Neben Base angreifend getötet hast Dann, äh, kannst du, glaub ich, auch ein bisschen aufbauen Gerade die anderen Stellen sicherlich zu bewegen Ja... Lokale Einheiten Ich produziere meine Nachtiger Ich produziere meine Nachtiger Ja... Äh... Nachtiger ist da, ich übertrag dir die jetzt Ja, Nachtiger ist da, ich übertrag dir die jetzt Anführerfähigkeit bereit Äh... Wir brauchen auch, äh, dringend Äh... Äh... Ich mach mir hier in der Garage Äh... Und... Damit ich Skorpions rausziehen kann, ne? Ja... Kaserne errichtet Kaserne errichtet Dann müssen wir erst auf Stufe 3 kommen Logistik Level 1 erforscht Ja, gut, dann können wir ja auch 1.500 Spawn Äh... Spawn 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 Ja, ich mach mir grad nur noch Ein paar Cyclops, damit ich, äh... Ja, dann mach ich noch ein paar Flammenwerfer jetzt hier Um die Infanterie mit zu cleanen Dann, äh... Clean ich noch hier den Strand Oder geht das nicht, äh... Geht das nicht richtig los, so wie ich den Strand gecleanet hab? Ja 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 Na, dann warte ich damit noch ein bisschen Anführerpunkt erhalten Anführerfähigkeit bereit Ich hab Kampferprobe gemacht Mit dem Anführerpunkt Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen Ok, nach 500 Ok, nach 500 Geschütz errichtet Was wir ja auf jeden Fall auch noch machen müssen ist, ähm... Was wir ja auf jeden Fall auch noch machen müssen ist, ähm... Verstärkung komplett hoch Verstärkung komplett hoch Ja Das war richtig Das war richtig Das war richtig Geschütz errichtet Geschütz errichtet Ok, Stufe 30 Entwicklung Ok, Stufe 30 Entwicklung Jo Das glaub ich schon mal 2 Nachtiger ist, oder? Das glaub ich schon mal 2 Nachtiger ist, oder? Ja Ich baue ich dir noch 1 Ich baue ich dir noch 1 Ich baue ich dir noch 1 Ok Nightwing G meldet sich zum Die Lokale Einheiten Verstanden, wir gehen bei Miche Position Hauptquartier upgrade abgeschlossen gestures richtet Congress duration 19G bereit. Was muss gepflegt werden? Anführerfähigkeit bereit. Lokale Einheiten. Brücke aus. Geschütz errichtet. Logistik haben wir so hoch erforscht begeht. Ich könnte jetzt gleich den Strand cleanen. Ja, ich warte dann noch einen Moment. Ich verstärke noch einmal die Geschütze. Nachdem Verstärkung da ist und dann können wir loslegen. Geschütz errichtet. Verstärkungslevel 1 erforscht. Ich finde es cool, dass die gesagt haben am Anfang, Kata hat keine Zeit und jetzt gibt der uns doch die ganze Zeit die Ansagen hier. Ja, das muss halt sein. Ja, das muss halt sein. Das macht ihm richtig Spaß. Macht ihm richtig Spaß. Ja, ich hatte hier glaube ich auch. Ja, ich hatte hier glaube ich auch. Zwei Wolverines oder sogar drei. Ja, du hattest ein paar Wolverines, weil bei dir kommen ja gleich die Banshees. Genau. Ich hatte aber auch fünf Wochen scoreflogen. Ja, ich hatte auch fünf Wochen scoreflogen. Zeig mir meine Ziele. Ich mach mir noch einen zweiten Marine-Trupp. Mach mir noch einen zweiten Marine-Trupp. So, noch einen... Noch einen... Weitere... Weitere Stellung. Weitere Stellung. Und da. Und da. Und da. Befestigungslevel 1 erforscht. Cover wir uns da rum, Marines! Ja, von mir aus kannst du machen, ne? Also, Geschütze sind entwickelt. Ja, warte. Das Geschütz macht gerade noch so von selbst, ohne dass die reagieren. Ich lasse das noch so ein bisschen. Damit ich die Waves schon mal... Damit ich die Waves schon mal los bin. Das ist sehr gut. Aber guck, die reagieren gerade nicht. Und das... Ja. Skopien rückt aus. Ich zeige denen, was dieser alte Fuchs noch drauf hat. Brenne schon darauf meine Raketen. Systeme justiert. Das war erst der Anfang. Die kommen zurück. Wo ist der Nightingale, den wir angefordert haben? Ist das schön. Die sind doch schon längst da. Die sind doch schon längst da. Da muss jemand erarztet werden. Halten die Cyclox und die Skorpions einsatzbereit. Ja, ach, schnell. Ohne sie können wir die Position nicht halten. Wir müssen verteidigungsmaßnahmen errichten, um sie abzuwehren. An die Arbeit. Und dann ist hauptsächlich mehr als nur ein Kratz. Wir brauchen Geschütze. Baut ein paar und rüstet sie zu Fahrzeugabwehrgeschützen auf. Ich mach mal, ähm, Verstärkung 3. Verstärkung 3. Äh, 2 meine ich. Äh, 2 meine ich. Alice, rüsten Sie das Geschütz mit Fahrzeugabwehrwaffen aus. Dann können wir richtig loslegen, ja. Dann können wir richtig loslegen, ja. Das ist böse aufs Maul. Böse aufs Maul. Da kommen sie! Skorpion, Kanone klar machen! Wo kommen die? Äh, bei dir oben. Äh, bei dir oben. Später, als die Logdys kam, hab ich, äh, immer OST, glaub ich, dann, äh, bei dir in die, äh, Stellungen getan, ne? Abschluss bei der St. Äh, ja, ich hab da jetzt Cyclops drin, ich wusste im Schnitt, dass das auch geht. Die sind ja noch besser gegen die Logdys, äh, also OST. Ja, das stimmt. immer noch besser, oder? Oh, aber Flashback, du wirst noch mal nicht mehr sein? Was hat mich noch mehr dann.. Fahrzeuglevel 1 erforscht olEST? Oh, 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 oh. Was hab der da nicht ertrinken würde in seinem Scheiß-Grost? Was hab der da nicht ertrinken würde in seinem Scheiß-Grost? Hey, 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 hey Generator-Upgrade abgeschlossen Wolverine, meld sich zum Team Wärme schon darauf, meine Raketen zu sehen Haltet die Lorcasters von der Basis fern! Schickt ein paar Cyclopse los! Weiß ja, Alice sagt uns, dürfen die wir schon längst wissen, ne? Okay, Cyclops müssen jetzt noch ein Stückchen stärker sein Und Fahrzeuge gleich auch Einführerpunkt erhalten Geschützabwurf? Äh, ja, mach mal Äh, ja, mach mal Ja, Moment, ich mach jetzt auch die Luft zu ziehen Hab gemacht Hab gemacht Das ist echt nice, dass man die Cyclops auch in Garnisionen reinstellen kann Ich wusste das gar nicht Ja, das ist echt cool Das ist echt cool Fahrzeuge sind noch ein Stückchen geiler Nach die Gehaltzeit ein bisschen aus Nach die Gehaltzeit ein bisschen aus Gleich sind die Cyclops auch noch ein bisschen stärker Dann haben wir auch fast alles entwickelt, was wir entwickeln können Können wir auch vollends sparen Können wir auch vollends sparen Ja, jetzt kommen sie bei mir Aber ich hab ja die Bulma jetzt hier Ja, ich hab ja die Bulma jetzt hier Ja, ich hab ja die Luft Ja, ich hab ja die Luft Ja, ich hab ja die Luft 4.000 Ghosts an der Seite Ich kann dir, wenn es soweit ist, sagst du Bescheid, dann schick ich dir ein paar Cyclops rüber, ich hab acht stück Ahren, noch 3 schieß, noch 3 schieß Dann noch bitte alle Wurden schießen Das ist hoffentlich mehr als nur ein Krat Wenn es schon darauf eine Rakete gibt Ich sehe jetzt mal sicher Einheiten, komm Okay, Flammenwerfer hab ich auch noch entwickelt, Kasernen ist komplett hochgepusht Fahrzeugdepot auch, Luftfahrzeugdepot jetzt auch Okay, wir haben alles entwickelt, das heißt wir können jetzt komplett sparen für irgendwelche Fähigkeiten Oder halt Soldaten, wenn man neue Soldaten machen muss Guck mal, die gehen, sie gehen auf die Butter hier Nice Nice Verstanden, begebe mich in Position Aufwachen Leute, der Feind Okay, bei mir wieder Banschies Aber Banschies sind ja kein Problem Abschluss meines Ziels bestätigt Okay, jetzt kommen wir auf die Truhentruppen Aber ich hab ja auch einen Pfandteil Ach, das sind sogar die Ghostsets Aber mit dem Geschütz und dem Pfandteil Aber mit dem Geschütz und dem Pfandteil Das würde eigentlich kein Problem sein Das würde eigentlich kein Problem sein Ah, so gut Das ist alles Die Nachtigall hier rüberfliegen lassen Die Nachtigall hier rüberfliegen lassen Ja, Wolverine fassen sich zurück Ja, Wolverine fassen sich zurück Bisher kein Problem Bisher kein Problem Bisher kein Problem Jo, check Ich hab ja 8 Zeitlubs Ich hab nur einen rübergeschickt Ja Ich weiß nur nicht mehr genau Wie das ist mit den Synchronangreifen Wenn die unten angreifen Und hier in der Mitte Dann muss auf jeden Fall mal rüberkommen Weil ich hab nämlich nur einen Panzer Mhm Dann hat sich das Ziel erledigt Kommen Verstanden Begebe mich in Position Ja 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 Die Temperatur drohen ist unterwegs Hallo Nachtigallkollegen Okay 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 Merken wir jetzt langsam, dass hier kein Durchkommen ist? Ah, jetzt kommt er auf der anderen Seite Okay Die Bodentruppen kommen weiter über die Furt Wir sollten ein paar Scorpions zu ihrer Begrüßung abstellen Über die Klammfurt Über die Klammfurt Ja Stehst du? Ja Ach, ich hab mir doch einen Panzer stehen Ach, ich hab mir doch einen Panzer stehen Ja, ich hab mir doch einen Panzer stehen Okay Wie ist das Schiff? Ich hab mir doch einen Panzer stehen Guck mal, wie... Wie war grad hier Ressourcen am Sammeln? Und hier ist eine Bereiche Das wäre schön, wenn wir noch eventuell einen Fettepunkt bekommen würden für die Raketen, für den Scarab dann am Ende. Ja. Das wäre vielleicht nicht das verkehrteste. Ah, guck, der Cyclops, der geht da durch. Ah, das ist mein einer Cyclops, den ich den geschickt habe, der macht den Unterschied. Direkt den Profi Cyclops hier geschickt, den John unter den Cyclops. Ja, genau. Ja, genau. Die Scorpions sind verboten, Truppen angegriffen. Noch ein paar Ghosts. Noch ein paar Ghosts. Ja, ist klar, dass sich die Panzer jetzt alle rammeln lässt. Die Panzer jetzt alle rammeln lässt. Da haben wir Ressourcen satt, hab ich mal ein Geschütz. Ja. Ja. Ok, Cyclops sind da, äh, Ghosts sind da. Äh, so, dann ist das Kapitel. Banshee ist bei dir wieder. Oh, ich muss ihn auf die Barsche abziehen. Oh, ich glaube, du hast nur Wolverine verloren. Äh, ne, hab ich nicht, ich hatte vier. Ah, Fadon ist so weit nach vorne, Idiot. 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 Oh, ich will jetzt gleich bei einem Antiker. Äh, dann flieg, oder warte ich komm kurz mit meinen Antiker. Ja, wir kommen uns hier in der Mitte treffen. Vor der Base. Äh, beim Generator, oder bei der Hauptbase? Vor der Base, ja. Also da, ne, vor der Mini-Base, was ist das, ja. Ja, ja, die sind, die sind schon unterwegs. Da kannst du eine schonmal zu meiner Wolverine hier umschicken. Ja. Ja. Hier, pass mal jetzt auf hier. Kapau! Da oben kommt wieder was. Oh, Panzerweh. Mach mal kurz Panzerwechsel. Oh, guck, die heilt die Wolverine, die beinahe ganz... Ah, jetzt, jetzt. Die hat ja eine Wolverine, die nur einen Millimeter verloren hat als erstes. Geil. Super. Ich mach rechts auch mal kurz mit den Geschutzen. Rechte auch mal kurz mit den Geschutzen. Ich weiß jetzt ob die Ghosts so abpacken würden gegen die Geschutzen, ne? Äh, gegen Panzermann. Ja, gegen Panzermann. Aber vor dem Gegend auch nicht, ne? Ja, dann gehört die Ereise für Neuen, Dirk-Ereisen für Neuen. Dirk-Ereisen für Neuen. Gääh! Gääh! sie war selbst schuld wenn immer so gierig das gute ist wenn ich hier mal was verliere ich habe hier direkt marine nachschub kaserne und ist wieder unten ich könnte eigentlich ein scorpion schicke ein scorpion nach unten weil hier am strand habe ich das eigentlich wirklich gut unter kontrolle es ist auch so scheiße wenn die große entrammen dann verlieren die panzer auch ein bisschen an also kriegen die negativen effekte auf sich ja ja das ist auch von nervig treffen dann wahrscheinlich so wie die haben dann eine zielgenauigkeit wie duck ist das ist ja nicht so das gefühl alter was macht ihr da was macht ihr da ich habe hier mal deinen ein panzer zieht genau zu nachtig ja ich schaue jetzt den cyclop da in die gang wenn da noch nochmal die ghosts kommen alter scorpion entweder fährst du da jetzt hin oder du bleibst da weg aber nicht die ganze zeit hin und her ja das geht mir ein bisschen auf die nerven wenn es schmerzt dann bist du noch am lieb jetzt gleich müsste der jetzt kommen sie von allen seiten in der mitte ist soweit clean hier sind nur banshees links locus und rechts und fattere wieder und fattere wieder oh strahlen wir um unsere basis wird angegriffen unser cyclops muss repariert werden sofort angegriffen ok mitte ist wieder cool da links bei dir auch schon längst ane links geht wieder links geht wieder ausgeschaltet kommen reparatur geworden unterwegs skorpion wird von bodentruppen angegriffen was ist jetzt schon wieder in bewegung skorpion wird von bodentruppen angegriffen kreis kreis wir haben primiert sie jetzt erreicht ich glaube das heißt jetzt kommt das kopf oder der 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 ums geld oder wir haben sie aufgehört man es kommt da auch nur noch von da da kam die auch nur noch von da lokale einheiten ja schieb meine einheit noch mal rüber das ding wird uns reiniger arbeit kreis ich glaube das wäre mal ganz easy wo kommen die denn bei mir ja ich hole direkt meine aschernisse drauf direkt meine aschernisse drauf kreis 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 was macht ihr denn jungen ich kann aber warte mal hatte sich anders vorgestellt glaube ich das kreis 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 am Anfang ja da hat man noch nicht die richtige Taktik am Anfang das hat kein Gold Zielzeit zwar ja gut wir haben lange uns aufgebaut ich akzeptiere es aber super easy wenn man also das ist schön dass man die dann am Anfang nicht pushen können wo aufbauen und das ist gar kein Problem los gar kein Problem los